Nach sieben Jahren Beziehung war im letzten Jahr dann Schluss, Stephanie Giesinger und Marcus Butler gaben ihre Trennung bekannt. Seither gab es keine Neuigkeiten aus dem Liebesleben der ehemaligen Germany's Next Topmodel, Gewinnern. Bis jetzt. In ihrer Instagram-Story teilt Steffi jetzt einige Eindrücke aus ihrem Urlaub. Dabei fällt auf, sie ist nicht alleine. Das Video zeigt die 26-Jährige, wie sie in luftigen Sommerklamotten an einer Klippe steht. Neben ihr zu sehen ist Jeremy Stieb, der Sohn von Tennis-Legende Karl-Uwe Stieb. Ob die beiden etwa ein Paar sind? Bislang äußerten sich weder Stephanie noch Jeremy zu ihrem gemeinsamen Urlaubsvideo.